Mein Gott, warum sind sie so aggressiv? Ah, sie! Sie, ich bin schlafen! Ich kann dir da... Ich kann dir da... Ich mag Schmerzen! Ich mag Schmerzen! PASKULGELT! PASKULGELT! Sorry, 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 sorry! Sorry, ich hab ihn wieder! Das geht jetzt! Ah! Warte, man freit ihn! Junge, ich fahr das, dich zu besoffen! Kann man auf den Kameraden! Der Arme! Was ist mit ihm passiert? Ich bin da mal weg mit, ab! Gehen wir, gehen wir, gehen wir! Gehen wir, gehen wir! Nee! Ich bin da weggeschmissen, du Hunde! Ich bin da weggeschmissen! Ich hab's nicht erst! Ich hab's nicht! So! Der hat weggeschmissen, du Hunde! Digga! Das ist wirklich weggeschmissen! So, gut! Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen! Ab zur Ratser und schieß dich! Nicht erschießen! Bitte nicht! Ich kann grad nicht laufen! Nein! Haha! Schade! Ich hab's gehört, dass wir Sachen mit deinem Tag schon aufhören! Ah, schade! Gut, alles gut! Ich hab's ja gerade eben schon gesagt! Chicken! Ach so! Also... Junge Ne? Wie gesagt, wer faxt macht, wird ihr ihn nicht verraschen! Immer lecker! Du kannst mit deinemoire. Il- alles meins! Hab's denn? Oh nein... Ja dann Prozent Probebaufgaben Nr da habe ich bei der Hälfte und die ist ja er hat das Prozent heiter kann doch auch die Kälte von Freitag und nicht gut Prozent Euro wo sie die ganzen Bumpen ich bin jetzt freimachsbildlich tot